Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Gelassen Älterwerden, der 60 Plus Podcast mit Bertram Kasper. In diesem Podcast geht es darum, über alles zu sprechen, was mit dem Älterwerden zusammenhängt. Es geht um Motivation und Inspiration, um Bildung und natürlich um Unterhaltung. Unter dem Motto Gelassen Leben soll ein Anfang gemacht werden, um eine Pro-Aging-Kultur in unserer Gesellschaft zu etablieren. Lassen Sie sich inspirieren und werden Sie so entspannt älter. Also dann, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie unseren Podcast. Ja, manchmal kommt es anders, als man denkt. In meiner letzten Episode habe ich noch davon gesprochen, dass dies wohl die letzte Einzelepisode für eine gewisse Zeit geben wird. Und heute Nacht ist mir die Idee für eine weitere Episode gekommen, die ich gerne alleine bestreiten möchte. Ich habe mich nämlich gefragt, ab wann sind wir eigentlich alt oder ab wann ist man eigentlich alt? Und als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit dieser Frage habe ich mir gedacht, es könnte doch spannend sein, einmal eine Reise in die Vergangenheit zu machen und sich seine ganz eigenen persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit älteren Menschen zu vergegenwärtigen. Und von daher soll es in dieser Episode, die vierte ist es, darum gehen, einfach mal meine Begegnungen mit alten Menschen bis heute nachzuvollziehen und ihnen ja ein Stück auf den Grund zu gehen und zu gucken, was war denn das jeweils Besondere daran. Ich habe mich entschieden, das chronologisch zu tun, also ich werde sozusagen bei meiner Kindheit anfangen und werde dann in die, ja, Gegenwart gehen, so will ich das mal sagen. Bevor ich so richtig einsteige, will ich vorweg schicken, dass ich allen beteiligten Personen, von den prominenten Menschen einmal abgesehen, einen eigenen Namen gegeben habe. Ja, fangen wir in meiner Kindheit an. Meine beiden Omas, sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits, waren auf jeweils ihre eigene ganz besondere Art für mich sehr bedeutsam. Fangen wir mit Hilde an. Hilde habe ich schon als, ja, kleiner Junge mit acht, neun Jahren als eine ganz zugewandte, sensible Frau erlebt, die immer ein gutes Wort für mich hatte, die, und daran erinnere ich mich besonders stark, mir jeden Abend, wenn ich sie besucht habe, und das war in der Regel so, dass ich sie, ja, mehrere Tage besucht habe, weil sie weiter von uns weggelebt hat. Ich habe sozusagen bei ihr Ferien gemacht und sie hat mir also jeden Abend eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt, in der Regel war es ein Märchen, und das hat sie in der Tat vollkommen auswendig gemacht. Oder, ja, ich habe zumindest gedacht, sie macht es auswendig, aber ich glaube, sie hat einfach ein riesen Reservoir an Märchen gehabt, die sie erzählen konnte. Und, genau, ich habe gesagt, sie war so feinfühlig und sensibel, sie hatte immer ein gutes Wort für mich. Und als ich dann älter wurde, wurde sie so etwas wie meine Vertraute. Ich habe also viele Dinge, die mich während meiner Pubertät oder auch noch im jungen Erwachsenensein stark beschäftigt haben, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Diese habe ich mit ihr besprochen, um mir auch ihre Meinung abzuholen, um mir einen Rat zu holen, um, ja, zu sehen, was sie mit ihrer, und mir ging es wirklich so, mit ihrer Lebensweisheit, mit ihrer Erfahrung, was sie mir dazu zu sagen hatte. Sie war also eine echte Vertraute, eine Gesprächspartnerin, mit der ich wirklich tiefe Gespräche führen konnte, und das noch von ihr ausgehend bis ins hohe Alter. Genau, und ich bin immer sehr gerne zu ihr gefahren, weil ich wusste, dass das ganz intensive und besondere Begegnungen geben wird, und natürlich bin ich immer schon irgendwie auch ein offener Typ gewesen und habe gerne auch über die Dinge, die mich beschäftigen, erzählt, aber mit ihr war das nochmal ein ganz besonderes Verhältnis. Und die Episode heißt ja, ab wann ist man alt? Ich habe sie quasi natürlich von ihrem Aussehen als alt, als älter wahrgenommen. Sie hatte graue Haare, Altersflecken, ihre Haut war an manchen Stellen fast durchsichtig. Sie hatte Falken, sie war und wurde immer langsamer in vieler Hinsicht, aber sie war noch genauso rege und geistig da, wie ich sie als junge Frau oder als jüngere Frau wahrgenommen habe. Und ich habe quasi für mich nicht im Vordergrund das Alter von ihr gesehen, sondern ich habe im Vordergrund gesehen die Beziehung, die ich zu ihr habe und die Resonanz zwischen uns, und davon gab es reichlich. Ja, das ist irgendwie gerade merke ich spannend, so da wirklich reinzugehen. Ich habe mir vorher nur eine Mindmap gemacht, um so ein bisschen eine Chronologie zu haben und habe gedacht, ach, ich erzähle einfach mal so drauf los und ich merke, dass mich das gerade auch wirklich berührt und dass es auch eine Art, ja, Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist in Bezug auf das Älterwerden. Dann gab es Sigrun. Sigrun, die Oma mütterlicherseits. Sie war, ja, so eine ganz bodenständige, klare, einfache Frau. Und ich mochte einfach ihre Berliner Schnauze. Ich mochte, dass sie so gerade raus war. Ich mochte ihre Einfachheit. Und was ich auch mochte, und das soll wirklich nicht despektierlich klingen, ich mochte auch so sehr, wie sie gekocht hat. Und sie hat so ganz anders gekocht, als ich das aus meiner Familie mit meinen Eltern kannte. Sie hat wirklich gut bürgerlich gekocht. Und ich habe auch schon öfter erzählt, dass immer wenn ich bei ihr zu Besuch war, und das war oft im Anschluss bei dem Besuch von Hilde, bin ich dann, weil die auch nicht weit voneinander entfernt gelebt haben, zu Sigrun gefahren und habe dort noch ein paar Tage verbracht. Und sie hat mich tatsächlich mitgenommen in die Welt des Kochens. Und sie hat mir all ihre Tricks verraten, wie man wirklich richtig gut, gut bürgerliche Küche kocht. Genau, und ich habe schon öfter erzählt, das war der Ausgangspunkt meines Gedankens, wie toll sie Rouladen kochen konnte. So richtig echte deutsche Rouladen mit Senf und Speck und Zwiebeln und sauren Gurken und dann eingerollt und gut gekocht und lange gekocht, sodass sie wirklich auch entsprechend weich und zart waren und das alles so ganz gut wirklich gemundet hat. Und dazu hat sie gemacht in der Regel Rotkohl und Kartoffeln und das eben auch entsprechend frisch. Ja, und ich habe das einfach geliebt, Rotkohl, Rouladen und Kartoffeln zu essen. Und das ist so das Einprägsame, aber auch so andere kleine Tricks hat sie mir verraten, die hilfreich sind, wenn ich heute mal für meine Familie, für meine Kinder koche. Und das ist in der Tat so, dass sich meine Kinder oft wirklich diese klassisch-deutschen Rouladen wünschen, wenn sie mal nach längerer Zeit wieder nach Hause kommen, auch wenn sie fast gar kein Fleisch essen. Aber so eine Roulade quasi von Sigrun stellvertretend, das ist doch echt ein Genuss. Ja, das waren meine beiden Omas. Dann in der zeitlichen Reihenfolge passt total gut. Mein Vater ist mit uns Kindern oft einfach mal über ein verlängertes Wochenende in die Berge gefahren und hat mit uns Wanderungen unternommen. Und ich würde schätzen, das war so zwischen 10 und 16. Da haben wir das öfter gemacht. Mal hat er uns beide, meinen Bruder und mich, mitgenommen. Manchmal auch nur mein Bruder oder mich eben alleine. Und einmal war ich mit meinem Vater in den Bergen unterwegs und ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern und ich habe ihn jetzt auch vorher gar nicht gefragt, wie das denn war. Da haben wir Hermann Gemeiner getroffen, den Gründer der SOS-Kinderdörfer. Dazu muss ich vielleicht sagen, ich habe viele Jahre, weil mein Vater Dorfleiter eines SOS-Kinderdorfs war, in einem SOS-Kinderdorf gelebt und bin dort tatsächlich mit Kindern aus dem Kinderdorf, eben mit Kindern, die nicht bei ihren eigenen Eltern leben konnten, aufgewachsen. Und bei dieser besagter Wanderung sind wir quasi Hermann Gemeiner begegnet. Was ich vorhin sagen wollte, ich weiß gar nicht, ob das sozusagen von meinem Vater beabsichtigt war, ob er das irgendwie geplant hatte oder ob das zufällig war. Auf jeden Fall war Hermann Gemeiner da schon über 60. Mit 66 ist er gestorben und den haben wir dann da mitten auf der Wanderung irgendwie getroffen und haben mit ihm gesprochen. Und der hat, obwohl er eben über 60 war, hat er so gebrannt noch für seine Idee, Kindern einen lebenswerten Lebensort zu schenken, Kindern ein Zuhause zu bieten und das war verbunden bei ihm ganz stark, auch mit dem Wunsch, Frieden zu schaffen, weil er gedacht hat, wenn Kinder gut und behütet aufwachsen können und gut versorgt sind, dann trägt das zum Frieden in der Welt bei. Und ich erinnere mich noch an einen Satz, ich weiß gar nicht, warum ich den so abgespeichert habe, aber an einen Satz von ihm erinnere ich mich noch in dieser Begegnung, wo er gesagt hat, dass es eben, und das hat er mir auch irgendwie als junge Menschen gesagt und das hat auch in mir wirklich eine Bedeutung entfacht, war total wichtig und gut für mich. Er hat nämlich gesagt, rätst nicht zu viel turz was in seinem österreichischen Dialekt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so richtig nachgemacht habe, aber dieser Satz, rätst nicht zu viel turz was, das war wirklich beeindruckend. Das hat mir viel gegeben, das hat bis heute eine große Wirkung in mir. Und genau, wer mich ein bisschen kennt, der weiß auch, dass das ja auch ein Motto von mir sein könnte. Vielleicht nicht so ausgeprägt und nicht mit so vielen Spuren, wie das Hermann Gemeiner gelungen ist, aber ich packe auch gern an, ich tue auch gern was und bringe gern Dinge auf den Weg. Ja, und dann kam meine Zeit des Zivildienstes. Zivildienst habe ich in einem Altenheim gemacht. Damals, glaube ich, waren das noch 16 Monate und wie es für ein Altenheim typisch ist, haben natürlich dort viele alte Menschen gelebt. Und wir hatten das Glück, dass wir in einem Altenheim so mit 110 Plätzen sechs Zivildienstleistende waren. Das heißt, wir waren natürlich auch eingesetzt in die pflegerische Arbeit dort, aber wir konnten auch so uns wirklich Zeit nehmen für die Menschen, die dort gelebt haben, eben auch für die alten Menschen. Und ich habe noch zwei Menschen ganz besonders in Erinnerung, die ich quasi ja immer noch in meinem Herzen trage. Von einem habe ich sogar immer noch ein Bild, was er mir zum Abschied geschenkt hat. Und zwar ist der eine von den beiden der Reinhold. Der Reinhold war ein ja damals über 80-jähriger Mann, der war kaum noch fähig aufzustehen, war bettlägerig, hat ja sich immer sozusagen auf die Bettkante gehievt und ist dann rüber zu seinem Stuhl an seinem Tisch in seinem Zimmer gestaxt und hat sich dort hingesetzt. Und wenn ich reingekommen bin, dann hat er mir gesagt, komm Bertram, mach mir mal mein Rotwein mit Ei und Zucker. Und dann habe ich gesagt, klar Reinhold, mache ich dir. Und zwar war das ganz unabhängig von der Uhrzeit. Immer wenn er darauf Lust hatte, da hat er sich einfach einen Rotwein mit Eigelb, genau nicht das ganze Ei, das Eigelb, das muss ich noch dazu sagen, hat er sich einen Rotwein mit Eigelb und Zucker von mir anrühren lassen und hat das dann getrunken. Und dabei haben wir ein Schwätzchen gehalten. Und der Reinhold, der war, so würde ich sagen, der war körperlich wirklich nicht mehr gut beieinander. Aber geistig war der sowas von klar und fit und hat mir so tolle Geschichten erzählt, dass ich total beeindruckt war von seinem Leben. Natürlich waren das immer irgendwie dieselben Geschichten, weil natürlich da nur noch das Langzeitgedächtnis quasi stark funktioniert und im Vordergrund ist. Und ich konnte mir aber viele Dinge, die er erlebt hat, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, konnte ich mir richtig plastisch vorstellen. Er hat mich mitgenommen in diese Welt hinein, er hat mich quasi hineingezogen und hat mir ja einen fast realen Eindruck vermittelt, in mir sind Bilder entstanden und ich konnte die ganze Schwere und das ganze Leid und die ganze Tragik darin erkennen und trotzdem hat er sich bei all diesen Erlebnissen immer noch so einen Lebensmut erhalten und hat uns Zivildienstleistenden gegenüber und eben auch mir gegenüber immer so eine tolle Ansprache gehabt, immer ein gutes Wort, immer, ja, hat sich immer auch Zeit genommen und es war wirklich das Gefühl, er will uns seine Zeit geben, er will nicht uns unsere Zeit nehmen oder uns in Beschlag nehmen, sondern er will uns seine Zeit schenken und uns teilhaben lassen an dem, was er alles erlebt hat. Der Reinhold, der war ein sehr einfacher Mann, aber ein Mann, der eine richtige Schleue hatte, ja, so manche Lebensweisheit einfach aus dem Stehgreif erzählen konnte und die hat auf uns junge Menschen wirklich Eindruck gemacht. Mir fällt jetzt keine konkrete mehr ein, aber ich weiß einfach, dass er einen, ja, einen wirklich bleibenden Eindruck in mir hinterlassen hat und ich war da knapp über 20, das heißt, das ist jetzt mehr als 38 Jahre her und das Bild von ihm, das hängt immer unten noch bei mir im Arbeitszimmer und manchmal gucke ich rauf, da drauf, da steht er mit seinen Eltern, so wie das damals üblich war, das muss so um, weiß ich er quasi mit seinen Eltern abgelichtet, Fotos waren ja damals noch eine Seltenheit und das war schon echt was besonderes der Reinhold ja und das ist der Rotwein mit Eigelb und Zucker dabei fällt mir ein ich habe das dann auch ja irgendwann auch angefangen zu trinken und ich fand das gar nicht so übel zuerst habe ich immer gedacht oh Gott oh Gott und ja ich habe es aber auch lange nicht mehr getrunken genau das war der Reinhold und dann gab es noch den Karl Karl war 92 und Karl war wie soll ich sagen hatte phasenweise wirklich eine starke Demenz und wusste nicht mehr wo er ist wer ist er hatte so Aussetzer und dann war er aber auch wieder dazwischen total klar und der Karl und das ist das besondere der war auf demselben Kriegsschiff wie mein Opa und zwar im Ersten Weltkrieg das heißt die waren da wirklich kleine Jungs also Jugendliche und der wusste sogar weil er Offizier dort war in der niedrigsten Laufbahn dass mein Opa dort der hat sich sogar noch an den Namen erinnert Maschinist auf demselben Kriegsschiff war wie er und dass ihnen beiden gelungen ist sich rechtzeitig versetzen zu lassen denn ein paar Wochen später ist dieses Kriegsschiff quasi attackiert worden und fast alle Matrosen an Bord sind dabei umgekommen also die beiden haben es quasi irgendwie noch von diesem Schiff geschafft und allein das stellte schon mal eine totale Verbindung her dadurch war er mir total nah und auch jemand ganz besonderes und der Karl war auch ein sehr intelligenter Mann gebildet kulturell interessiert und er konnte ja begnadet Klavier spielen und wir hatten in der Tat in dem Altenheim ganz oben unterm Dach ein Zimmer mit einem Klavier und dann habe ich die Oberschwester Anna gefragt die damals übrigens auch schon fast 60 war gefragt ob ich mit Karl eben mal wieder hoch gehen kann und Klavier spielen kann und das habe ich besonders getan in Phasen wo er ja besonders dement war und bin mit ihm dann hoch gegangen und er hat sich an dieses Klavier gesetzt und hat vollkommen auswendig die tollsten Stücke gespielt mit einer agilen Bewegung in seinen Händen und in seinen Fingern und das mit 92 Jahren dass ich so beeindruckt war und gedacht habe hey das kann doch kein 92 jähriger Mann sein wo nimmt der das her wo kommt dieses Feuer diese Energie diese Lust am Spielen diese Freude an der Musik her und das Spannende war dass immer wenn er eine Weile gespielt hat wurde er klarer wenn er dann eine Pause gemacht hat und wir haben gesprochen dann habe ich gedacht es ist wieder genau der Karl zu der Zeit wo er wahrscheinlich als jüngerer Mensch viel Klavier gespielt hat viel geübt hat vielleicht Konzerte gegeben hat das weiß ich alles nicht genau da hat er nie drüber gesprochen er kam wirklich in Kontakt wieder mit seiner Vergangenheit und hat sich irgendwie durch das Klavierspielen zurückgebeamt und wurde dadurch auch tatsächlich klarer das war der Karl also der war 92 aber beim Klavierspielen genau und dann fällt mir noch ein was er auch total klasse konnte er konnte die ganzen deutschen Dichter rezitieren er wusste von Brentano von Goethe und von Schiller von den ganzen großen hat er so viele tolle Texte präsent gehabt und konnte die quasi frei rezitieren und uns daran teilhaben lassen sodass wir manchmal auch im Kreis wirklich mit mehreren dort saßen und haben uns von ihm begeistern lassen ich habe damals übrigens durch ihn durch Karl meine Liebe für Brentano entdeckt ja das war die Zeit in meinem Zivildienst im Altenheim und diese beiden Geschichten die haben mich besonders berührt ja dann habe ich quasi studiert soziale Arbeit in Bielefeld und dort bin ich begegnet der Diakonissen Schwester Heike Heike war damals schon über 75 Jahre alt und Heike hat quasi so kam es mir zumindest vor Zeit ihres Lebens neben natürlich ihrer ja ihrem Schwestern sein ihrem ihre Zugehörigkeit zu einem Orden hat sie quasi über Jahre nichts anderes gemacht als Frauen die Gewalterfahrung gemacht haben zu unterstützen und vor allem eben Frauen mit Kleinkindern mit Kleinstkindern mit Babys hat sie geholfen wieder den Weg ins Leben zurück zu finden einen Weg zu finden ein eigenständiges Leben zu führen ja und für sie war das was sie getan hat überhaupt keine Frage des Alters sondern für sie war klar das ist ihre Berufung und das macht sie solange sie das machen kann körperlich geistig seelisch und das war mit 75 für sie überhaupt keine Frage und ich habe sie erlebt als so eine ganz zarte schlanke und immer agile also sie hatte immer so einen schnellen Schritt gehabt sie konnte immer so toll ja sie ist fast die Treppen hoch gestürmt hatte ich manchmal den Eindruck so agil war die noch und bei ihrer Agilität hatte sie trotzdem so eine innere Ruhe und Gelassenheit und mir ging es so wenn ich mit ihr zusammengearbeitet habe dann hat sie mich quasi auch runtergefahren sie hat mich beruhigt sie hat mich ja mit ihrer inneren Souveränität mit ihrer inneren Ausgeglichenheit hat sie mich quasi wirklich runtergebracht und das hat mir gut getan und manchmal habe ich den Kontakt zu ihr gesucht obwohl ich jetzt dienstlich gar nicht wirklich was hatte weil ich einfach wusste das tut mir total gut mit Schwester Heike quasi Kontakt zu haben ihr zu begegnen mit ihr zu sprechen mit ihr einfach zu sein ja das war zu Beginn meiner Berufstätigkeit als Sozialarbeiter und dann erinnere ich mich noch an eine Wanderung die ich mit einem sehr guten Freund gemacht habe mit dem ich immer versuche einmal im Jahr wirklich wandern zu gehen und damals haben wir gerade die Gegend um Füssen erkundet und waren glaube ich über die österreichische Grenze gefahren nach Leutkirch wenn ich mich nicht irre bin da nicht so gut was die Orte angeht aber da sind wir quasi auf einen Berg gegangen der so 2100 Meter hoch war und wir mussten irgendwann als wir schon ziemlich oben waren einen langen Grat überschreiten der war so auf 1900 Meter Höhe der war jetzt gar nicht so schwierig aber es ging bewachsen mit Sträuchern und Gras links und rechts wirklich 100 120 Meter steil bergab und das war so die zweite oder dritte Tour das heißt wir hatten uns noch nicht so wirklich an die Ausgesetztheit der Berge gewöhnt und so ja haben wir uns quasi zittrig und vorsichtig und immer wieder innehaltend und den nächsten Schritt planend versucht über diesen Grat zu bewegen als uns plötzlich eine Frau entgegen kam und wir haben sie im Nachhinein so zwischen 78 und 83 geschätzt die in einer Geschwindigkeit uns entgegenkommend diesen Grad überquerte dass wir gedacht haben das kann doch jetzt nicht sein das kann doch nicht sein dass eine Frau ich glaube damals war ich um die 50 dass eine Frau in dem Alter in der Geschwindigkeit über diesen Grad geht wo wir uns gerade so abmühen und versuchen da irgendwie drüber zu kommen und quasi einen Weg zu finden mit der Ausgesetztheit irgendwie klar zu kommen und da habe ich gedacht jo wenn ich eben viel in die Berge gehe wenn ich das geübt bin wenn ich das wirklich kann wenn ich das oft mache dann spielt auch da Alter fast überhaupt keine Rolle und das hat man an dieser Frau gesehen und das Irre war noch wir waren geschwitzt wir waren angestrengt wir waren aus der Puste und sie kam da behennt leichten Schrittes mit regelmäßigem Atem uns entgegen und ja keine Schweißperle tropfte ihr die Stirn hinunter es sah alles so leicht und behennt aus und jo wir wären am liebsten im Boden versunken kann ich vielleicht sagen das war auf jeden Fall echt eine Begegnung ja und es gibt auch wo ich gerade bei den Bergen bin beim Wandern bin und dazu habe ich auch wirklich eine besondere Affinität das ist ein sehr wichtiges Hobby von mir fällt mir ein dass ich jetzt gerade eine Dokumentation gesehen habe über die Huber-Burm und ihren Vater den Thomas Huber der heißt so wie einer der beiden Söhne der eben auch Thomas Huber heißt und der ist sage und schreibe mit 81 mit seinen beiden Söhnen noch durch die Watzmann Ostwand gestiegen und wer vielleicht von euch weiß was quasi eine Herausforderung nicht so sehr was die Schwierigkeitsgrade angeht wobei das geht auch den Weg den sie gegangen bin auf die 6 plus 7 hin also das ist schon eine Nummer dass die Tour auch deswegen herausfordernd ist weil sie einfach so lang ist und von daher auch wirklich eine Kondition erfordert und eine hohe ja Ausdauer tatsächlich und der Thomas Huber hat das wirklich mit seinen 81 Jahren hat er das noch so locker flockig hingekriegt und ich habe dann danach auch jeweils einen Vortrag mit dem Thomas und dem Alexander Huber gesehen virtuell natürlich jetzt in diesen Zeiten und die haben beide gestrahlt als sie davon erzählt haben wie toll das war mit ihrem Vater da nochmal die Watzmann Ostwand zu bezwingen und genau und das ist auch deswegen für beide so glaube ich besonders weil sie hier aus der Gegend sind weil sie da geboren und aufgewachsen sind und weil eben auch der Watzmann so der Watzmann eben ihr Hausberg tatsächlich ist ja jetzt komme ich so schon in die Gegenwart und in der Gegenwart spielt für mich ein ja wann habe ich ihn kennengelernt mit war ja glaube ich 78 79 oder kurz vor diesem Übergang habe ich ihn kennengelernt und zwar beim Basketball wir haben beide das Hobby zu den Basketballspielen der Marburger Bundesliga Frauen Mannschaft zu gehen dem BC Marburg den Blue Dolphins und das haben wir viele Jahre gemacht und weil wir mit mehreren Leuten dahin gegangen sind und immer so aus aus einem Ortsteil von Marburg gekommen sind haben wir als wir das quasi gemerkt haben dass wir alle aus diesem Ortsteil sind haben wir angefangen uns zu verabreden zusammen dahin zu fahren sich gegenseitig Plätze freizuhalten und so weiter und dann haben quasi der Heinz und ich uns angefangen zu befreunden wie gesagt damals war er so zwischen 78 und 79 und ich war gerade mal rechnen heute ist er 83 das heißt ich war auch fünf Jahre jünger das heißt ich war so knapp 52 53 und seitdem verbindet uns eine ja eine echte Freundschaft würde ich sagen wir haben dann angefangen zusammen in die Sauna zu gehen ich habe angefangen ihn dabei zu unterstützen seine Memoiren zu schreiben weil er als Flüchtlingskind wirklich richtig viel erlebt hat und er ist dann eben auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf gelandet als siebenjähriger Bub und hat dann ja eine interessante Kindheit und Jugend verbracht verbunden mit dieser Flüchtlingsgeschichte und fühlt sich quasi bis heute immer noch seinen Wurzeln verbunden und hält Kontakt eben zu seiner Heimat aus der er ursprünglich gekommen ist gleichzeitig hat er aber als er dann sein seine Heimat hier gefunden hat und auch ein Haus gebaut hat hat er ganz viel getan sich einzubringen in die Gemeinschaft hat er ist Bauingenieur hat quasi wirklich ja wie soll ich sagen größere Projekte hier realisiert hat sein Know-how da zur Verfügung gestellt hat Anlagen geplant hat sich in der Politik eingebracht in dem Ort und hat quasi das was er richtig richtig gut kann nämlich auf Leute zu gehen Leute zu gewinnen mit Leuten in Kontakt zu treten ja er erzählt manchmal so Dinger dass er einfach quasi ja jemanden anspricht den er beim Einkaufen trifft und dann entsteht ein Gespräch und sofort ist ein intensiverer Kontakt da da hat er wirklich die Fähigkeit das so ganz leicht herzustellen und so ist er wie sagt man so ein richtig bunter Hund den auch jeder kennt und er kennt eben auch jeden und das ist so irre wenn ich dann mich mit ihm in der Stadt bewege zum Beispiel oder wenn ich mit ihm zu einer Veranstaltung gehe das hört gar nicht auf dass er von dort und da gegrüßt wird dass er da ein Schwätzchen hält und dass er von dem angesprochen wird also überall ist er irgendwie bekannt und natürlich auch bei ihm sieht man dass er 83 ist aber wenn man ihn reden hört wenn man spürt welche Begeisterung auch heute immer noch dafür da ist auf Menschen zuzugehen mit Menschen in Resonanz zu treten und ja Kontakt zu haben und Austausch zu haben und auch Dinge abzuwägen zu diskutieren Dingen auf die Spur zu kommen dann ist er so frisch und jung dass ich richtig total begeistert bin und denke Mensch was ist das für eine Inspiration dieser 83-jährige Mann also ab wann ist man alt ab wann bin ich alt und was ich so aus meinen Geschichten in der Auseinandersetzung in der Selbstreflexion quasi für mich rausziehe ist dass ich natürlich älter werde dass ich auch wie soll ich sagen das wahrnehme an körperlichen Veränderungen bei mir und dass ich das natürlich auch an anderen Menschen wahrnehme wie sie tatsächlich älter werden doch es ist doch auch so dass wenn ich genau hingucke wenn ich mir einen Moment Zeit nehme und mich wirklich einlasse auf mein Gegenüber auf den in Anführungsstrichen alten Menschen dann habe ich eine große Chance und das steckt wirklich in all meinen Geschichten dann habe ich eine große Chance noch was richtig Jugendliches noch was richtig dynamisches agiles was besonderes zu entdecken was eben genau diesen Mensch ausmacht und was auch und das ist oft so ist mein Eindruck ihn zeitlebens ausgemacht hat das heißt das lässt sich sozusagen durch das älter werden auch gar nicht relativieren gar nicht ja wie soll ich sagen wegmachen das ist immer noch da es ist etwas da was ich da wirklich noch erleben und spüren kann und wo ich denke ja der sieht zwar alt aus oder die sieht zwar alt aus aber die ist auch noch verdammt jung herzlichen Dank fürs Zuhören das war es heute auch schon mit dem Hörmagazin für Menschen in der dritten Lebensphase wenn es Ihnen gefallen hat abonnieren Sie unseren Podcast auf der Homepage www.gelassen-elter-werden.de finden Sie unser Magazin und weitere Informationen noch mehr von uns gibt es übrigens auf YouTube Facebook und Instagram über Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns immer und empfehlen Sie uns gern weiter denn welcher Silver Ager möchte nicht inspiriert und gelassen älter werden bleiben Sie gesund und gelassen und bis zum nächsten Mal sagt Ihr Bertram Kasper und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.